Stegi hat gesagt, er kommt gleich, er ist gerade noch Geld für die Bedürftigen sammelt, der ist aber in 20 Minuten da. Er wollte dann noch schnell in der Suppenküche aushelfen, hat er gesagt. Ich verstehe, das ist ehrenhaft. Das ist wirklich ehrenhaft. Ja, das ist krass. Stegi gibt sich halt auch einfach da Mühe, der denkt auch an andere.